78 Jahre und die Leute, die gehen vorüber, schauen schnell weg und sehen ganz still. Rund fünf Kinder hast du großgezogen, die leben alle weit weg, im ganzen Land verteilt und dein lieber guter Mann ist früh gestorben, da waren die Kinder alle noch klein und dein lieber guter Mann ist früh gestorben, da waren die Kinder alle noch klein. Das bisschen Geld nebenbei kannst du gut gebrauchen, dein Leben war nie einfach, es war immer schwer. Donnerstags, da gehst du noch zur Tafel, da wären die Leute auch immer mehr. Donnerstags, da gehst du noch zur Tafel, da wären die Leute auch immer mehr. 78 Jahre, schon weiße Haare, suchst du nach Pfandflaschen und Dosenimmel. Und die Leute, die gehen vorüber, schauen schnell weg und sind ganz still. Und die Leute, die gehen vorüber, schauen schnell weg, weil man's nicht sehen will. und die Leute auch immer mehr. Und die Leute, die Leute, die Leute auch immer mehr. Untertitelung des ZDF, 2020